Boah, lecker. Leute, so ist die einzige Art und Weise, Rahmen zu machen. Kaffeemaschine, wer braucht schon eine Schüssel und einen Herz? Die Kaffeemaschine ist perfekt dafür. Das ist so cursed. Boah, lecker, diese Brühe. Ja, die Kaffeemaschine wurde in Wahrheit erfunden, um Rahmen zu machen. Das ist der Beweis, Leute. Das ist der Beweis. Depression. Boah, Boah.